joe zimmer zu den patch notes black desert online heute dem 9 februar 2021 teil 2 ich habe vorhin schon ein video veröffentlicht dass ihr unbedingt eure accounts jetzt ummelden solltet in den nächsten tagen und dass ihr bis morgen sprich eigentlich heute noch kakao cash aufbrauchen solltet oder umwandeln in perlen nicht vergessen schaut euch das video an ja die updates kamen schon jetzt perlenladen update rang drei begleiter 2 plus 1 gucken was sie da geändert haben okay markt butler zwei stück plus einer dazu limitierte begleiter 2 plus 1 paket meister verstärker unbegrenzt potenzial 20 prozent rabatt auf die kategorie fe 20 prozent rabatt auf premium set und das ist der absolute hammer für den magier das sieht so mega cool aus toll das sieht echt ganz geil aus hätte ich ein mage ich habe nur magierin das glaube ich würde ich mir tatsächlich können ganz genial magier premium set für 3400 perlen das set der set klassiker 2900 und outfit set 2200 perlen ganz schönes stück aber ja so ist es halt aber sieht echt so cool aus natürlich doch gefährd ne dann was haben wir hier eben das outfit paket von ihm und jetzt valentinsmarkt butler zwei plus eins für 2400 perlen sprich 33 prozent rabatt wild drei artikel aus folgender liste der gleiche gegenstand kann mehrmals ausgewählt werden und zwar können wir lagermarkte und markt markte kaufende zahlen zwei und kriegen sowieso wie ich das verstehe drei auch nicht schlecht ich verwende die sehr sehr häufig mittlerweile doch eine gute gute option dann kriegen wir für 5000 perlen das ist sehr teuer was kriegen wir denn für das viele viele geld wir kriegen welt drei artikel aus folgender liste der gleiche gegenstand kann mehrmals ausgewählt werden korgy rang drei roter panda rang drei scharlachroten makau rang drei murmeltier auf drei otter rang drei frettchen rang drei verlorener pinguin rang drei und kriegen wir noch ein bisschen bonus was dazu bonus gibt es valentinsschokoladen paket sechsmal kann pachos biofutter einmal liebe kommt von innen einmal liebe kommt von innen auch so kampf und arbeit höchstens dreimal pro familie erhältlich dann nochmal ein valentinsbegleiter set zwei plus eins dazu für 2200 perlen auch hier drei artikel können wir wählen kaiser habicht kundis suchhund verlorener pinguin igel eisbär schneelicht luchs mitternacht luchs und dämmerungs luchs auch hier dazu gibt es bonus valentinsschokoladen paket einmal sechsmal campachos biofutter kommen wir zu den meister verstärken auf rang 1 50 mal erinnerung eines handwerkers zahlen wir 2025 perlen ist zehn prozent runtergeschrieben dazu erhalten wir zehn mal erinnerung eines handwerkers zweimal rad von falks einmal verstärkungsbaukasten höchstens fünfmal pro familie erhältlich bla 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 meister verstärker zwei zehn mal erinnerung eines hundertmal entschuldigung erinnerung eines handwerkers einmal mystisches paket mit erinnerungen eines handwerkers rad von falks plus 30 rad von falks plus 40 verstärkungsbaukasten zwei dann verstärkungspaket im februar 20 mal erinnerung eines handwerkers zehn mal falks schrei 100 mal kronstein dafür zahlen wir 1840 perlen der bonus dazu rad von falks plus 20 und 20 mal erinnerungsfragment unbegrenztes potenzial für 2200 perlen enthält 11 mal teias kugel bonus 10 mal leilas blütenblatt könnt ihr einmal pro familie erwerben kategorie fe 25 mal onets dunkler honigwein kostet statt 3300 perlen noch 2640 11 mal onets dunkler honigwein kostet nun 1200 perlen einmal onets dunkler honigwein kostet 120 perlen also wenn ihr die upgraden möchtet jetzt zuschlagen dann die bändigerin kriegt ein premium set weistrache oder was kriegt ist im angebot ihr zahlt 2720 perlen statt 3400 ihr erhaltet bändigerin helm weistrache rüstung weistrache schuhe weistrache himmelstock weistrache kurzschwert weistrache und anhänger weistrache na wie logisch ist das denn viel spaß mit dem outfit angebot dieser woche außerdem wird jede woche ein anderes outfit zwei wochen lang als angebot verfügbar sein dann haben wir träne allianz 2 plus 2 das ist so was für mich 100 perlen also in angebot 50 prozent jetzt zahlt nur noch die hälfte vier mal träne allianz in dem fall höchstens einmal pro familie erhältlich oder schade dann haben wir ein möbelset valentinstag statt 2500 perlen noch 1500 ja wenn es gefällt soll zuschlagen weiter sage ich doch nichts zu ich mag kein pink event trainings handbuch wir kriegen auch für silber wie das ist natürlich cool ich bin ja gerade die scheine noch am level können wir wieder für silber das ist der halbe preis wenn ich das richtig sehe 50 prozent rabatt können wir wieder die kampfbücher und talentbücher erwerben das habe ich tatsächlich das letzte mal so lange her gab es das ja schon habe ich tatsächlich ziemlich genutzt ich finde das eine gute sache also zuschlagen das war es dann schon gucken wir kurz noch was sonst noch dazu gekommen ist anmeldung über black desert online account übertragung habe ich ein video gemacht verkaufssende von spielzugängen das haben wir auch angeguckt events im februar das ist vom dritten februar sehe ich gerade die wartungsarbeiten sollten jetzt nämlich dann gleich abgeschlossen sein ansonsten sehe ich nichts vielleicht kommt später noch was sollte da was bahnbrechendes drin sein was die veränderungen noch betrifft würde ich noch kurz ein video machen ansonsten sehen wir uns gleich im spiel bis dann